Und es ist vielleicht auch gut, dass es nicht Playback ist, sondern original live. Also... Oh Gott! Pass ja auf, dass du dir kein Eisstrimmer einsiehst. Wir wollen das an dieser Stelle. Und lass das Mikro nicht in die Wasser fallen. Nein, keine Sorge. Kannst du noch mal sagen? Also, die Titanic ist gehoben worden. Der Eisberg entfernt sich von der Titanic. Er kollidiert nicht. Und das nehmen wir als gutes Zeichen. Und deswegen bieten wir jetzt den Eisbergjodler. Und... Ich glaub das nicht. Und das ist das. Und das ist das? Und das ist das? Ahoi! Ja! Unbedingt! Ja! Unbedingt! Also, äh... Wir haben ja alles schon... Wir haben alles schon erlebt, liebe Leute von Polsterhatter. Aber das Pop wieder vereint ist. Ich würde sagen, alles, aber ganz schön. Unglaublich. Also, eure Einsatz war... war ganz toll. Und Neptun, der ist bestimmt hochgelegt, ganz toll im Herbst. Ähm, ich bin noch mal dran. Also, wenn das mit dem Polsterhatter so weitergeht. Also, da haben wir hier in Rostock einiges zu erwarten. Und, liebe Gäste, wenn ihr wieder mal die nächste Teil in Rostock seid, schaut mal beim Polsterhatter vorbei. Die Jungen da riechen ab. Das ist unglaublich. Ja, danke. Wir finden aber auch alle anderen Ecks bis jetzt toll. Auch das Sperrfahrische der anderen Boote finden wir toll.